Hallihallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren saftigen Folge Sliver.io mit Orish Bacranual. Bewertet sehr gerne das Video und schaut auch in die Beschreibung, da ist dieser tolle Kram hier verlinkt. Wow! Das war traurig, das Geräusch. Ich werde heute alleine spielen, habe aber eine wunderschöne Botschaft von Paluten an euch. Ich lese es einmal vor. Hallo, ich mag Kaka. Ja, ich weiß. Ich spoil jetzt Slitzer.io. Geil. Bitte mach alles platt und kack paar Würstchen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall an Spalette für diese aufbauende Nachricht. Mal gucken, ob ich jetzt besser spiele als jemals zuvor. Wer ist denn da auf Platz 1? Oh ja, toller Name. 42.000 Punkte. Hm, okay. Das werde ich auf keinen Fall erreichen. Aber wisst ihr, was ich erreichen kann? Ich kann den da... ... ... ... ... Oh, hä? Ich bin dich ausgewichen, weil ich niemals damit gerechnet hätte, dass er das macht. Warum killt der denn, der irgendwie 10.000 schwer ist und einen kleinen Wurm, der 10 schwer ist? Was war das denn für einer? Oh, lecker. Oh ja, und tot. Oh ja. Oh ja. Ui. Meins. Meins, 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 meins. Ne, 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 ne. Oh, da. Noch wer gelitten. Ui. Oh, noch wer gelitten. Ui. Oh, ich hätte so viel mehr essen können, aber ich habe es nicht bekommen. Nein. 2500, aber es hat sich gelohnt. Ich, da werde ich direkt wieder gierig wie sonst was, ne. Wenn man da so viel Cash auf der Straße sehen, äh, sehen sieht. Äh, ihr wisst, was ich meine. Ich hätte echt voll was essen sollen. Ich kann nie Deutsch, wenn ich nichts esse. Bin schon seit 5 Stunden, 6 Stunden wach. 5, 5 Stunden, glaube ich. Hab noch nichts gegessen, Leute. So wird das nichts mit, mit Fett werden. Ich will auch so aussehen, wie Zommer mich immer malt. Hier ein Bild. Ist doch wunderschön. Richtig leckeren Haarausfall brauche ich dann noch. Dass ich dann ja nur noch eins an Haar habe oben. Und noch 200 Kilo mehr. Ja, das wäre toll. Und das war aber sehr knapp da bei uns. Oh, lol. Ich habe einen Fett nun gebracht und ein anderer Fetter. Klaub mir alles. Ich bringe ihn um. Das war's. Komm her. Das war's mit dir. Kann ich hier absahnen? Ne, kann ich nicht. Da ist er. Die kleine Made. Na, du, du, du Ratte, du. Wie kannst du es wagen? Oh, ne. Ey. Ey. Jetzt kehrt der noch ein. Ich kriege nichts davon ab. Würdest du mich eigentlich komplett pranken? Ha. Lol. Meiner. Meiner. Alles meins. Meins, meins, meins. Ja, ja. Ich nehme das, was ich hier selber gezüchtet habe. Die habe ich umgebracht. Das gehört alles mir. So. Und schon bin ich 2200 groß. Das kann sich sehen lassen. Oh, was ist das denn hier? Gratis-Eason. Sehr lecker. Könnt ihr bitte weggehen? Wenn aber Fette stirbt. Ihr habt einfach nicht daran zu gehen. Die raffen. Die raffen es nicht. Ihr greift weder mich an, noch nervt ihr mich irgendwie, wenn ich gerade was esse. Punkt. Die hören einfach nicht auf mich. Aber ich glaube, die hören mich auch allgemein einfach nicht. Wenn die ein Mikrofon an wären, würden die bestimmt das machen, was ich will. Ganz sicher. Da. Was ist das denn? Oh. Ein Geschenk. Das ist es. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Kommt ruhig her. Kommt ruhig her. Oh, ja. Ui. 1700 groß. Lecker Schmecker. Ja, komm. Ja, blöd, ne? Blöd, oder? Bist du tot? Nee, ist er nicht. Oh. Jetzt stirbt er. Jetzt ist er wieder frei. Warum habe ich das hier? Ich bin so ein Mülleimer. 1700. Ich strebe mich jetzt an. Das war's. Ich kann hier keine Folgen mehr hochladen, wo ich einfach nur 1000 groß werde. Oh, ja. Nein. Lol. Warum leben wir? Das habe ich nicht ganz verstanden, muss ich zugeben. Oh, nee. Hä? Warum lebst du? Du Cheater. Oh, nein. Warum bin ich so blöd? Warum bin ich so ein Dulli? Ja. Hat er einfach verdient. Oh, was ist das denn hier? Ja. Schade. Na ja. Immerhin habe ich wem ein bisschen was zu E-Single gibt. Ne? Können sie auch sehen lassen. Ja, komm. Komm nur noch her. Haha. Ja. Oh, Mann, ey. Wie damit keiner rechnet. Solche Trottle. Was ist da? Ich will da gerne hin. Oder will ich da hin? Eigentlich nicht, ne? Das sieht sehr böse aus. Wie er die da einzäunt. Aber wenn ich jetzt hier reingehe, dann ist er tot. Auch schade. Oh, doch. Hab doch geschafft. War ich... Das war ich. Oh, noch einer tot. Das war ich. Oh, nee. Da bin ich tot und ich fütter alle. Na ja, schade. 1.800 groß. Jetzt hat der erste 51.000. Ist das ekel... Ist er das? Oh. Was denn hier? Lecker. Hey. Dankeschön. Direkt 1.000 groß. Was macht der denn da, der Lila, ne? Na, ich chill einfach mal. Das hier sammle ich noch. Und danach chill ich. Oh, ja. So. Und jetzt warte ich, bis irgendein großer stirbt. Ich mach gar nichts. Einfach nur angucken und sammeln. Gut. Dann nehm ich dich mit. Oder auch nicht. Ach komm, lass den einfach. Der kommt da. Oh, nein. Jetzt ist er tot. Ich... Ey. Dann werde ich hier beklaut, oder was? Hoffentlich stirbst du. Ah, das war... Das war so Karma, ne? Das war so Karma. Nicht mit mir. Werde ich hier kackendreist beklaut. Von dem Jungen. Oh. Ne, 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 ne. Da würde ich sehr gerne das Grüne einmal essen. Bitte. Komm. Komm. Ich möchte ein bisschen lecker schmecker. Ja, dankeschön. Sehr freundlich. Sehr, sehr zuvorkommend. Ja, dann gehen wir hier mal rein. Und... Ein bisschen wegdrehen, weil ich will ja nicht sterben, ne. Ich will einfach nur ein bisschen Spaß haben und abwarten, bis irgendein gigantischer Typ stirbt. Die sind mir auch alle zu klein. Der, der, der lila, ne, wäre schon nett. Da, das, das fände ich cool. Komm, lass dich auf. Wo ist denn eigentlich dein Kopf? Die würde ich gerne mal sehen. Vielleicht kann ich auch reinrattern dann. Das würde sich auch lohnen, ne? Wenn ich da so ein bisschen reingrätsch. Wo ist der denn? Hallo? Der chillt auch sein Leben. Ach, da bist du. Hey! Oh, hätte ich das gewusst. Oh ja, da ist immer gestorben, aber das ist mir einfach zu klein. Den nehme ich nicht. So, und was, was passiert hier? Lila, na, ist da irgendwie einer bei dir? Willst du jemanden töten? Was? Warum bewegst du dich da? Oh nein. Oh ja. Oh nee. Oh komm, ich will, ich will, ich will, jetzt, ach, das stimmt doch einfach. Der rote da, bitte. Hallo? Oh nee. Oh Gott. Oh Hilfe, das war knapp. Oh nein. Wo bin ich denn jetzt? In welcher Hölle? Hilfe? Ich, ich stuhl mich gleich ein. Oh oh. Ja, ja, der rote da, der rote, den will ich jetzt tot sehen. Ja, genau das wollte ich sehen. Nein, grün, nein. Ey, warum? Warum musstest du da jetzt genau so perfekt stehen? Verstehe ich nicht. Darf ich hier rein? Ich hab grad ein bisschen Angst. Ja, okay. Hier darf ich, ne? Ihr kriegt ein bisschen Almosen. Ja, doch mal. 4.000 bin jetzt groß. Das ist doch schön. Hallo? Lila, na, wie lange willst du dich noch im Kreis bewegen? Was machst du da? Oh nee. Da ist er ja. Hallo? Oh nee. Ach komm, jetzt stirb doch mal. Bitte. Ey, das, ich, ich wär, glaub ich, direkt Platz 10, wenn er stirbt. Oh nein. Oh nein. Ist das etwa mein Ende? Ist das etwa mein Ende? Nee, ist es nicht. Okay. Sehr schön. So, jetzt hier ein bisschen Nerven. Ihm das so ein bisschen, äh, ungemütlicher machen. Zumindest punktuell. Ah, schade. Schade, 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 schade. Ey, wär ich daran gestorben, ne? An dieser doofen Kurve. Ich hätt geweint. Ich, ich geh jetzt mal weg von dem Typen. Der, der schleicht die ganze Zeit im Kreis umher. Und macht gar nichts. Hallo, hier, du da, oder du da links, bitte. Jetzt mal storben. Einmal vielleicht irgendwie mich rein oder so. Na komm. Komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Hier so ein bisschen zumachen. Vielleicht nervt die das. Ja, wo bin ich denn da? Bin ich da noch? Ah ja, da ist mein Schwallek. Hm. Okay. Ja, interessant. Ja, sehr interessant. Danke. Und da hab ich ultra von profitiert. Sehr schön. Hier nochmal durch. Zack. 7300 groß. Gleich hab ich's. Wenn ich jetzt keine Scheiße baue. Ach du Kacke. Was war das denn? Was tue ich hier? 7500, bitte. Ey, ich bin fast in den Top Ten. Mehr will ich gerade gar nicht. Ich bin... Top Ten reicht mir für den Part. Erstmal wieder rantasten. Ich hab das jetzt irgendwie eine Woche nicht gespielt. Komm schon. Ein paar Almosen. Der da. Der schwarz-weiße da. Jetzt einfach auflösen. Einfach jetzt mal Schiss sagen zur Welt. Komm. Komm. Komm, du willst es. Komm. Jetzt mach doch. Ich hasse dich. Muss Palette doch stolz machen. Oh ne. Oh ne. Das war gefährlich. Jetzt mach doch. Oh, da war unten was. Ach, schade. Oh, da war sogar relativ viel. Oh ne. Hallo. Kann ich den kriegen, bitte? Ich versuch den jetzt einfach einzukreisen. Ja, komm. Komm, 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 komm. Ja, ich mach jetzt zu. Okay. Oh ja. Oh ja. Damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet. Da ist dann natürlich noch ne Nervensäge parat. Komm schon. Oh ja. Ja, einfach rein. Einfach rein da. Einfach rein. Scheiß auf alles. Platz 10. Ich hab's. Platz 9. Oh ja. Oh ja. Ja, 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 ja. Meins, 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 meins. Ist das geil. Okay, und der ist gierig. Ich bin auch gierig. Das geb ich gerne zu. Ich geh da so ein bisschen rein und vielleicht nehm ich noch irgendwen mit in die Hölle. Weil ich hab mein Ziel erreicht. Platz 7 sogar. Krass. Jetzt. Verreckt doch einfach. Du willst es doch. Hä, wo ist er denn? Ich dachte, ich hab den jetzt, den Jungen. Ja, gut. Schade. Dann geh ich mal hier lang. Oh nee, der will mich gerade umbringen. Das ist aber nicht so nett. Das hab ich gerade gar nicht kommen sehen. Oh, was ist das da? Ist das wieder ein Geschenk? Von der Welt? Gar, ne? Platz 6. Okay. Dann einmal dich irgendwie wegrasieren. Wegrasieren. Ach komm. Als ob du das überlebt hast. Hä? Nein, jetzt kriegt er sogar noch ein Geschenk durch mich. Ich hasse das. Warum muss ich denn so ein Gönner sein? Ja, hier krieg ich noch mal ein bisschen was ab. Lecker Schmecker. Ey, so langsam kann ich wirklich was mit der Größe erreichen, wenn ich jetzt ein bisschen größer denke und jemanden so einkreise, dass er es nicht mal merkt, dass er es nicht mal kommen sieht. Das wäre schon schön. Den neide ich gerne. Ja, den Regenbogentypen. Wo bist du? Ach, da bist du, du kleiner Süßer. Ja, toll. Da kann ich wieder nicht hin, weil er irgendwie... Nee, das wäre dumm. Ich wäre so gerne da jetzt reingegrätscht, aber ich weiß ja nicht, was da ist. Ich kann ja nicht so weit gucken. Ah! Loll, ich habe den Regenbogen umgebracht und alle anderen profitieren nur ich nicht. Das fühlt sich gut an. Fehlst du mich? Platz 5. Na gut, okay. Und Leute, auch wenn ich gerade den Regenbogentypen umgebracht habe, ich bin pro Regenbogen. Falls ihr versteht, was ich meine. Ich bin zwar nicht Teil davon, von der Community, aber Akzeptanz ist sehr wichtig. Und mit diesen ernst gemeinten Worten verabschiede ich mich in die Werbung. Schaut gerne bei glp.tv slash shop vorbei. Da gibt es tolle Sachen. Und bewertet sehr gerne auch das Video. Bis Daniel, euer Spakwenjuel. Tschüssi. Tschüssi.